Also es gibt keine geborenen Vertriebler. Das ist eine Fähigkeit, die kannst du lernen. Punkt. Genauso wie man Stimmen lernen kann, Golf spielen lernen kann, mit Fremdsprache lernen kann, Instrument lernen kann, kann man Vertrieb lernen. Und das Ganze macht sogar verdammt viel Spaß. Die meisten Unternehmen bereiten ihre Vertriebler ihren Außendienst darauf nicht vor. Die managen die Erwartungshaltung der Menschen nicht. Weder HR, noch ein Vertriebsleiter, noch ein Senior, noch ein Mentor hat mir jemals gesagt, hey Mädel, das wird tough. Du schaffst es, wir glauben an dich, aber es wird tough. Das hat mir ja kein Schwein irgendwie mitgegeben. Also nichts, ich wurde emotional nicht abgeholt, mental nicht abgeholt, ich bin physisch gar nicht, ich war ja total kaputt irgendwann. Von diesem Runge-Renne und Mache war ich einfach wirklich todmüde. Und allen voran, fachlich war ich gar nicht abgeholt worden. Denn die Themen, die der Vertriebstrainer mit uns geteilt hat, waren nicht mehr aktuell für hier und jetzt. Und sie kamen aus der Theorie und nicht aus der Praxis für die Praxis. Ich habe das umgesetzt, wie er gesagt hat. Aber ich habe keine Termine gelegt. Der Leitfaden, die ganzen Trainings waren nicht aktuell. Der Trainer hatte leider, muss man sagen, seinen Zenit schon längst überschritten. Ja, so. Und ich konnte damit nichts anfangen, ich habe meine Zahlen nicht erreicht. Das eine ist, dass die meisten Vertriebler, Außendienste gar nicht auf ihren Job wirklich vorbereitet werden. Das andere ist, die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen geben ihren Vertrieblern gar keine Ausbildung. Du wirst einfach so eiskalt, gerade so ins kalte Wasser geschmissen, mach mal. Mach mal. Und da muss man gucken, die meisten würfeln sich das dann irgendwie zusammen, nach bestem Wissen und Gewissen. Schauen auf YouTube irgendwelche Tutorials, picken sich da mal was raus, picken sich da mal was raus. Und irgendwie schaffen sie es, sich da durchzuwurschteln. Dann gibt es Unternehmen, die machen ein okayish Onboarding. Und dann gibt es Konzerne, die sagen, ja, wir haben uns die krassesten Trainer geholt. Die haben Millionen Budgets teilweise. Und ich glaube sogar den Konzernen, dass sie sich wirklich die Mühe machen und eine gute Due Diligence machen. Nur, es ist eine große Intransparenz am Markt. Zumindest damals. Der Trainer konnte uns wirklich nicht gescheit ausbilden. So. Und das aller, aller, aller Schlimmste an der Geschichte ist, der Stress lässt sich vermeiden. Ja, der Stress lässt sich komplett vermeiden. Denn heute, wenn ich als Akquise-Trainerin rausgehe, sage ich zu meinen Vertrieblern, egal ob jung oder alt, egal wie weit sie sind, sage ich, pass mal auf. Ich erzähle dir hier nicht, dass es draußen schön ist. Das erzähle ich dir nicht, denn ich wäre sonst Pinocchio. Okay, ich würde lügen und ich mag nicht lügen. Ich möchte ehrlich sein und ich möchte dich auf die Realität da draußen vorbereiten. Du wirst rausgehen und Gegenwind bekommen. Du wirst rausgehen und du wirst deine Klatsche bekommen. Und da, 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 da sind die Techniken, wie du deine Emotionen regulieren kannst. Wie du dich mental wieder auf Spur bringst. Wie du dich emotional wieder pushen kannst. Du kannst es und ich bereite dich auch vor. Aber du musst wissen, es wird nicht leicht. Und in der Regel ist es so, dass die Seminarteilnehmer bei mir innerhalb von weniger Stunden schon ihre ersten Termine legen. Und ich denke mir, der Vertriebler muss gar nicht diese Durststrecke durchgehen und so fix und fertig sein und diese Erniedrigung und Demütigung mitbekommen. Das muss nicht satt und das Coole für die Unternehmen ist, der Vertriebler kommt ja schneller dazu, Umsatz zu machen. Das heißt, die Kosten des Onboardings und Co. amortisieren sich ja viel schneller. Das heißt, die Unternehmen verdienen viel schneller an den Vertriebler. Also, warum müssen wir denn jetzt Vertriebler zwingen, diese lange Durststrecke durchzulaufen und sie mental so wirklich zu fordern? Das muss nicht sein. Nun, es gibt drei Dinge, die ich mit Ihnen teilen möchte, wenn Sie mit Vertrieblern oder Außendienstlern zu tun haben, welche drei Dinge wirklich extrem wichtig sind für den Umgang. Und falls Sie mit Vertrieblern, ich weiß nicht, in HR arbeiten und Interviews führen oder eine Führungsposition haben, ein Vertriebsteam haben, dass Sie einfach nur mal diese drei Dinge beachten. Erstens, eins der wichtigsten Dinge, wenn ich frage, was macht denn eigentlich einen guten Vertriebler aus und welche Skills muss er mitbringen, sagen die meisten zu mir, ja, der muss ein super Auftreten haben, super kommunizieren können, der muss ein super Zeitmanagement haben, ba, ba, ba. Sag ich, alles richtig, alles schön, alles gut, alles richtig. Eine Sache ist die wichtigste Sache in diesem Kontext und die lautet ein hohes Maß an Energie. Exzellente Vertriebler wissen, dass das ganze Vertriebsspiel eigentlich ein Energiespiel ist. Sie können sehr proaktiv diese Energie aufbauen, die sie brauchen und managen ihre Energie und wissen, okay, jetzt bin ich in einer Sprint-Session. Ich muss jetzt losrennen und extrem viel Energie aufwenden. Die musst du selber produzieren und dich dann ausbalancieren, weil sonst wirst du schnell ausbrennen. Das ist ein Marathon. Und exzellente Vertriebler haben ein super Energiemanagement, sie regulieren ihre Energie gut und haben ein verdammt hohes Level an Präsenz, sind extrem präsent beim Kunden. Also sehr hohes Energielevel und die Fähigkeit, seine Energie sehr, sehr gut zu managen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Akquise und Vertrieb kann man lernen. Also wenn mir immer Leute sagen, ja, das ist ein geborener Vertriebler, sage ich, entschuldige mal bitte, wie sieht ein geborener Vertriebler aus? Also alle anderen Kinder kommen am Tag ihrer Geburt durch den Geburtskanal durch, aber ein Vertriebler kommt mit einem Porsche vorgefahren. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Alle anderen Kinder kommen durch den Geburtskanal, aber der Vertriebler kommt mit perfekter Frisur? Also es gibt keine geborenen Vertriebler. Das ist eine Fähigkeit, die kannst du lernen. Punkt. Genauso wie man Stimmen lernen kann, Golf spielen lernen kann, mit Fremdsprache lernen kann, Instrument lernen kann, kann man Vertrieb lernen. Und das Ganze macht sogar verdammt viel Spaß. Denn ich hätte es nicht jetzt mittlerweile fast 13 Jahre ausgehalten, im Vertrieb zu arbeiten, wenn jetzt jeder bescheuert gewesen wäre und alle Kunden blöd gewesen wären und alle Erfahrungen negativ gewesen wären. Nein, es ist total cool, es macht sehr, sehr viel Spaß. Du musst aber halt im System haben, wie es funktioniert und du brauchst Mentoren, Vertriebsleiter, HR oder wen auch immer in den Unternehmen, die dich begleiten und die dir Mut zusprechen und die dir erklären, wie es funktioniert. Denn dann hast du auch Erfolg und das macht Spaß. Vertrieb und Akquise macht verdammt viel Spaß. So und der dritte Punkt ist die 80-20-Regel. Die meisten Unternehmen gehen hin und fokussieren sich rein auf das Produkttraining und dann gehen sie hin, der Vertriebler muss Einwände behandeln können, da muss er das können, da muss er das können, Gesprächsführung. Alles gut und richtig. Das sind aber nur 20 Prozent des Erfolges. Wir kriegen, wenn wir nur die Fähigkeiten trainieren, Vertriebler relativ schnell in ein gutes Level, wo sie gut abliefern und gut performen. Wir kriegen das schnell hin, dass sie solide dastehen. Wir kriegen aber nicht herausragende Vertriebler hin, wenn wir jetzt nur immer wieder Einwände, 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 Einwände behandeln mit ihnen lernen. Der Faktor, der dann ins Spiel kommt, ist die sogenannte Persönlichkeitsentwicklung. Und viele denken, eben Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich darüber rede, sagen die, ja, was heißt das denn? Heißt es, dass unsere Leute Defizite in ihrer Persönlichkeit haben? Nein. Persönlichkeitsentwicklung heißt nicht, du hast ein Defizit und du musst an dir arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung ist, du bist fähig, du bist talentiert und du wirst entwickelt. Wir gucken, welche Glaubenssätze hat ein Mensch. Sind die limitierend? Sind sie konstruktiv? Sind sie destruktiv? Und in dem Moment, wo wir anfangen, Skill zu trainieren, die Fähigkeit und die Persönlichkeit eines Vertriebners, dann wird es ein Feuerwerk, denn dann gehen einige wirklich komplett durch die Decke, weil ihre Glaubenssätze sich verändern und weil sich irgendwas unterbewusst tut. Es gibt Gespräche, die ich mit Vertrieblern führe, die sind wirklich klar im Kopf und sagen, hey, ich will, dass dieses Geschäftsjahr das geilste Geschäftsjahr wird, sage ich super. Die sagen das ganz klar und legen eine andere Aktion an den Tag. Das heißt, sie sagen dir direkt, ich will die Performance, ich will den Erfolg, aber unterbewusst sabotieren sie sich und das ist ihnen gar nicht bewusst. Wie denn auch, ist ja unterbewusst. Ja, nö, sie laufen, aber es laufen manchmal bei einigen Selbstsabotageprogramme. Und deswegen ist es wichtig, parallel zur Fähigkeit, die Persönlichkeit zu entwickeln, damit man Vertriebler wirklich nachhaltig sehr gut entwickelt, damit sie auch wirklich langfristig und nachhaltig abliefern.